So, in ein paar Stunden fliegen wir nach Hause, wir haben aber noch überlegt, wir gehen nochmal ein bisschen was essen in der Krone hier, das ist direkt an der Playa und ja, die Sonne scheint total schön, immer wenn wir irgendwie hier nach Hause fliegen müssen, scheint die Sonne richtig toll und es ist blauer Himmel, aber so ist es. Playa de Palma, ist das nicht toll? Es ist wunderschön, das Gute daran ist, man kann ja immer wieder zurückkommen, wenn wir mal schon unser Flieger starten, es ist so schön hier. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020